hallo leute willkommen zu einem neuen platin guide hier mit the cow quest auch bekannt unter dem namen im deutschen kuhquiz auch wieder sehr sehr einfache platin also schnell was man durchkriegt ist in sieben sekunden hatte ich kann es natürlich auch fünf sekunden schaffen obwohl es sind eigentlich fünf sekunden aber mir wird es nicht so wirklich zählt als fünf sekunden man steht da 20 sekunden oder so aber der regel sind es eigentlich fünf sekunden das spiel kostet gerade 149 jeweils für ps4 und ps5 und wir können das ganze ausdecken wieder achtmal ps4 und ps5 eu-version us-version japanische version und asien version allerdings nicht crossbar das heißt das spiel einzeln weiter kaufen jeweils das gilt auch für die stack version ja okay fangen wir mal an wir müssen nur eigentlich hier was das richtige ist falsch aber das kann man auch indem man hier ein schluss macht er 1 und l 1 so schnell wie es geht gewertet sehen dass gleich nicht nur ganz viele fehlen hat sondern auch direkt schnell platin war bei drei questes mit 42 quest und da ist auch schon die platin und wir sind auch schon fertig ja ich sag mir das sind eigentlich fünf sekunden aber auf links wird gezählt dass es um 20 zu unten sind ich weiß nicht warum aber fünf sekunden fünf sekunden